Ja, wir wären nicht TV21, wenn wir nicht bei jeder Möglichkeit neue Künstler suchen und auch finden. Wir haben einen gefunden, der Michael Inger spielt ein Instrument der australischen Ureinwohner und wir haben ihm einen kleinen Beitrag hier in Linz gewidmet. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020